Angewandte Chemie studieren in Pirmasens. Ich habe lange gezögert, aber es war die beste Entscheidung. Der Campus ist einfach geil. Die Menschen in Pirmasens sind so nett und so hilfsbereit. Nicole, Victor und Anissa studieren hier auf dem Campus Pirmasens der Hochschule Kaiserslautern. Bachelor-Studium ohne überfüllte Hörsäle und Labore. Lerngruppen in idealer Größe und individuelle Schwerpunktbildung. Der Schwerpunkt Reaktions- und Verfahrenstechnik repräsentiert eine moderne Chemieausbildung und eine gezielte Vorbereitung auf die Arbeit als Ingenieur im Labor und in der chemischen Industrie. Das Gute an dem Studiengang ist die lange Orientierungsphase und dass man sich erst später für ein Fachgebiet entscheiden kann. Der Campus in Pirmasens bietet viele Möglichkeiten zum Lernen in Kleingruppen. Im Atrium herrscht das ganze Jahr über eine angenehme Atmosphäre. Der Schwerpunkt pharmazeutische Technologie vertieft die Bereiche Synthese, Analytik und Verfahrenstechnik für die pharmazeutische Produktion. Das Schöne an dem Studiengang ist, dass ich später in der Pharmaindustrie arbeiten kann. Der Campus Park bietet Erholung in den Pausen. Das Wohnheim und die Innenstadt sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Nicole, Victor und Alisa haben Pirmasens sehr schnell schätzen gelernt. Pirmasens hat eine super Verkehrsanbindung und man ist eben auch ganz schnell in Kaiserslautern in der Stadt. Und die Region hier bietet auch sehr viele Möglichkeiten. Wenn man hier in Pirmasens eine Wohnung sucht, geht es ruckzuck und ganz günstig. Das Schöne hier im Campus ist, dass die Atmosphäre total entspannt ist und wir alle wie eine Familie sind. Entspannte Atmosphäre auch abseits des Campus. Erholung und Inspiration im Strecktalpark, nur wenige Schritte von der Innenstadt entfernt. Das ist Pirmasens ganz großer Vorteil. Kurze Wege, egal wohin. Der Schwerpunkt Polymerchemie befasst sich ebenso mit der Analyse bereits bekannter Kunststoffe, wie mit der Neuentwicklung und Synthese von maßgeschneiderten Polymeren und Werkstoffen. Ich finde den Studiengang toll, weil man schon im Studium an großen Industrieprojekten mitarbeiten kann und eine besondere Nähe zu den Chemiefirmen in Pirmasens besteht. Ganz wichtig, praxisnahe Ausbildung und gute Vorbereitung auf die Industrie. Im Technikum sind deshalb Industrieanlagen aufgebaut. In der Mittagspause bietet eine moderne Mensa schmackhafte Gerichte für wenig Geld. In Zusammenarbeit mit dem benachbarten Forschungsinstitut PFI befasst sich der Schwerpunkt Angewandte Biotechnologie mit dem Einsatz von Mikroorganismen zur Stoffumwandlung und Energiegewinnung in technischen Prozessen. In der Freizeit ist die Umgebung der Hochschule mit dem Pfälzer Wald eine grandiose Kulisse, ein Paradies für Outdoor-Sportler. Und Pirmasens bietet viele Möglichkeiten, auch anstrengende Studientage locker ausklingen zu lassen. Angewandte Chemie studieren in Pirmasens, in freundlicher Atmosphäre professionell auf den Beruf vorbereiten. Angewandte Chemie studieren in Pbirangeaden undப Withoutbel Verkeredung. Angewandte Chemie studieren in Punter Z셨으면 artık nur historische Initiative oder wie Testatura, Vielen Dank.